Hallo Leute, hier ist MarkiDissempe und heute mit MasiJungel. Ich habe das Game aufgenommen, weil wir einen Challenger-Fits hatten. Ich und ein Freund von mir haben DuoQ gespielt. Und ja, das war einfach mein Traum, einmal ein Game aufzunehmen mit einem Challenger-Player. Und ja, ich habe das jetzt geschafft und es war wirklich sehr, sehr nice. Er war wirklich sehr gut. Und eine kleine Info von mir, falls wer von euch Werbung haben möchte oder falls wer von euch ein paar Videos hat, die er mir gerne geben würde, ihr könnt es mich gerne anschreiben. Ich nehme alles an, was ihr wollt. Falls irgendwer von euch irgendwelche Wünsche hat, irgendwelche Jungle-Wünsche, was ihr gerne mal sehen würdet, oder was für Runden ich benutze, oder irgendwas in der Art, sagt es mir einfach in den Kommentaren und ich werde es halt probieren zu machen. Und gestern haben mich ein paar Leute gefragt, hey, wieso spielst du nur MasiJ? Der ist NoobChamp, der ist dies und das. Ich finde nicht, dass MasiJ ein NoobChamp ist. Ich finde, dass MasiJ mehr als normaler Champion ist, weil wenn man schon in High Elo ist, ist er nicht mehr so leicht, weil das sind wirklich sehr, sehr gute Leute, die wirklich sehr easy gegen MasiJ spielen können. Also, ich habe ja von Silber 5 angefangen und jetzt bin ich gleich Platin 2. Und ich sehe den Unterschied, weil da gibt es Leute bei Silber 2, die mir jedes Mal, keine Ahnung, ich hatte ja fast jedes Mal 30, 40 Kills und ab Platin ist es schon ein bisschen schwerer geworden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt jetzt noch die zwei anderen Videos und ja, schönen Tag noch. Sonderschüler, ne? Schau dich an meine Ahnung, ne? Schmuchtel, leider. Schmuchtel, Cem, leider. So ein Lacken, so ein Lacken, so ein Lacken, so ein Lacken, dass ich genau dein Kuh mache, wenn du weh machst. Ich hätte dich einfach nicht mehr gehalten sollen, leider. Kein Disrespect, irgendwas anderes. Nur in Gneid hätte ich drücken sollen. Mein Arion. Du siehst. Da, meine Kuh. Nein. 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 Ich liebe dich. Nein. Ich liebe dich. Nein. Nein? Ich liebe dich. Nein. Warum nein? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Nein? Aber ich liebe dich. Nein. Doch? Nein. Doch. Nein. Oh doch. Nein, 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 nein. ha 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 dieses Schesslos hier 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 Der der Trot. Der der Trot. Aber der der Trot. Und der der Trot.